Es ist ja bekannt, dass durch diese Impfpässe die Freiheit massiv eingeschränkt wird. Die einzelne Person wird dann unter der totalen Kontrolle gestellt des Staates, also eine totale Übersicht, wo man sich bewegt, wo man sich befindet. Der Staat sagt einem, wo du hingehen sollst und wo du nicht hingehen kannst. Das war eigentlich fast noch nie in der Geschichte der Menschheit, dass der Staat so in das Privatleben der Bürger eingegriffen hat, sogar so vorzuschreiben, de facto vorzuschreiben, wo man hingehen kann und wo man nicht hingehen kann. Und zwar im normalen täglichen Leben, meine ich. Und dann auch sieht man noch diesen Aspekt, dass diese massive Impfbank auch den Körper des Menschen irgendwie ausliefert, dem Staat, der Einzelne hat dann auch keine Verfügung mehr über das Letzte, was er selber besitzt, nämlich seinen eigenen Körper. Es ist schon wiederholt gezeigt und bewiesen, dass diese Impfung, die sogenannte Anti-Covid-Impfung, wirklich negative Folgen hatte, gesundheitliche, bei nicht wenigen Menschen. Es wäre unmoralisch in diesen Umständen, dass da ein Priester oder die Kirche die Impfung empfiehlt. Das ist überhaupt keine Nächstenliebe, das ist im Gegenteil eine Verantwortungslosigkeit.